Ich war auf einem neuntägigen NLP Practitioner Seminar in Wien. Was ich dort alles gelernt habe, was so das Wichtigste war, was ich mitgenommen habe und euch gerne mitgeben würde und wie ich es insgesamt fand, das in diesem Video. Viel Spaß damit und viel kommunikativen Erfolg. Herzlich willkommen, Benedikt Held von der Redefabrik hier. Freut mich, dass du dabei bist und ich freue mich auch dieses Video zu machen, denn wie im letzten Video schon gesagt, war ich auf einem neuntägigen Seminar in Wien und konnte einiges dort mitnehmen, möchte euch hier auch ein bisschen was davon teilen und euch auch insgesamt sagen, wie ich es fand und ob ich es euch weiterempfehlen kann. Kurz gesagt, war es ein phänomenales Seminar. Es war das Trinergy NLP Practitioner Seminar von und mit Dr. Roman Braun. Roman Braun kennt ihr vielleicht, wenn ihr mal in die Videobeschreibung schaut oder generell mal bei Amazon nach Rhetorik sucht von dem phänomenalen Buch Die Macht der Rhetorik, wirklich ein unglaublich gutes Buch. Wenn ich, also ich habe schon ein paar hundert Bücher zu dem Thema gelesen, euch ein Buch mitgeben soll zum Thema Rhetorik, dann ist es wirklich das. Das kann ich so sagen und seit mehreren Jahren empfehle ich das immer wieder weiter, wenn ihr ein Buch zum Thema Rhetorik lesen wollt, dann ist es auf jeden Fall das. Und wie gesagt, von dem Autor dieses Buches, den ich auch nochmal interviewen darf, war jetzt nicht so viel Zeit auf dem Seminar, das noch zu machen, da war das Seminar von ihm und dieses Seminar war wirklich sehr intensiv. Es war sehr lang und hat mir sehr viel Input gegeben, allerdings auch vieles, was ich beispielsweise in Einzelcoachings oder hier auf dem Kanal auch noch weiter teilen kann, heißt wirklich sehr spannende Erkenntnisse. Grundlegend war es ein Trinergy NLP Practitioner Seminar. Wer nicht weiß, was das ist, also NLP, Neurolinguistisches Programmieren, ist quasi so ein kommunikativer Werkzeugkoffer, der für Pädagogik, allerdings auch für die Therapie, fürs Coaching, aber auch für Verkaufssituationen und so weiter genutzt wird, heißt einfach seine Kommunikation, sowohl mit sich selbst, also Glaubenssatzarbeit und so weiter, allerdings auch mit anderen zu verbessern. Dafür ist NLP, Neurolinguistisches Programmieren, ist auch eine anerkannte Therapiemethode in Österreich und dieses NLP, dieser Grundwerkzeugkoffer, weiterentwickelt von Roman Braun, ist dann dieses Trinergy NLP und da ist halt der Practitioner eine Stufe, quasi diese ganzen Sachen anwenden zu können und er selbst findet halt einige Sachen aus dem NLP nicht so sinnvoll, nicht so hilfreich, die hat er halt rausgelassen, dafür hat er andere Sachen mit reingemacht, von der Logotherapie, von den ganzen Leuten, mit denen er gearbeitet und von denen er gelernt hat, sei es jetzt den NLP-Erfindern oder Erstellern, Bandler Grinder, allerdings auch Steve DeShazer oder Bert Hellinger, Paul Watzlawick, Virginia Satir, also wirklich sehr, sehr große Namen in der Kommunikations- und Psychologie-Richtung und da hat er einfach verschiedenste Inputs, sowohl, wie gesagt, aus dem klassischen NLP, als auch, er ist Doktor der Psychologie, wirklich von Fakten und ganz vielen neuen wissenschaftlichen Studien, auch von 2016, 17, 18, mit tausenden Teilnehmern aus dem Bereich positive Psychologie, allerdings auch Leistungspsychologie, also er hat auch mit sehr vielen Top-Performern, also Spitzensportlern, allerdings auch anderen Leuten, die eher in der Therapie und im Coaching bei ihm waren, mit denen zusammengearbeitet und hat da aus verschiedensten Richtungen einfach so das beste Wissen extrahiert und auf diesem Seminar geteilt. Es war, wie gesagt, neun Tage lang, von Freitag einschließlich bis Samstag einschließlich und es ging jeden Tag von 10 Uhr, erst mal bis 15 Uhr hat er Vorträge gemacht, sehr viel Input gegeben, viele Theorie, allerdings auch Übungen mitgegeben und auch immer eine Übung selbst vorgeführt an einem der Teilnehmer und zusätzlich hat er es auch auf eine unglaublich kommunikativ perfekte oder gute Art und Weise gemacht, perfekt wollen wir jetzt ja nicht den Anspruch setzen, sondern er hat es einfach in Storytelling verpackt, in Metaphern verpackt und damit einfach ein sehr angenehmes Lernklima, also die wenigsten würden sagen, oh, wir haben jetzt so viel gelernt, aber man kann ihm wirklich super gut zuhören, weil er sehr viele Geschichten, sowohl jetzt metaphernmäßig und ja, wirkliche Geschichten erzählt, allerdings auch Beispiele, die er selbst erlebt hat oder die er von anderen gehört hat und so einfach sehr viel Inhalt auf eine sehr lockere Art und Weise, die für unser Unbewusstes auch sehr gut aufnehmbar ist, das hat er geteilt und dann ging es nach einer Mittagspause immer in einen Prozess rein, heißt, wir haben einen Prozess beispielsweise aus dem NLP gemacht, wo wir eine Person als Coach beraten haben, wir wurden allerdings auch von einer anderen Person gecoacht und in der dritten Position auch nochmal als äußerer Beobachter uns die ganze Situation angeschaut und Feedback gegeben und so bekommt man halt zu der ganzen Theorie, wie sicher auch wichtig ist und die man sich auch in Büchern anlesen kann, halt sehr viel Praxis und da konnte ich sehr viel für mich selbst mitnehmen, auch für meine Einzelcoachings oder für euch jetzt hier, dass ich euch da einige kommunikative Nuggets oder Wissensteile mitteilen kann, das fand ich halt einfach sehr stark, da auch sehr stark in die Praxis reinzugehen und viel zu lernen. Was auch unglaublich toll war, ist einfach die Gruppe, die Seminargruppe, wir waren 50 bis 60 Leute, die wurde dann nochmal unterteilt in 10er-Gruppen für gewisse Aufgaben und dann vor allem halt, wie gesagt, in diese 3er-Gruppen für die Übung und ich habe so viele tolle und nette und herzliche Leute kennengelernt. Also fühlt euch alle gegrüßt, ich weiß, es werden einige zuschauen, weil Roman den Kanal Redefabrik hier auch so ein bisschen noch lobend erwähnt hat, was mich natürlich auch sehr gefreut hat und wie gesagt, da konnte ich ganz, ganz viele tolle neue Kontakte knüpfen aus allen Alterskategorien, in allen Interessengebieten, mit verschiedensten Lebenszielen und verschiedensten Entwicklungsstellen. Also war wirklich sehr toll, so viele nette und herzliche und tolle Leute, die alle an ihrer Persönlichkeit arbeiten und auch anderen das mitgeben wollen, das einfach zu erleben und diese Leute kennenzulernen. Also fühlt euch alle gegrüßt und fühlt euch alle umarmt hier von Benedikt von der Redefabrik. Also war wirklich ein tolles Seminar mit euch und natürlich auch mit dir, Roman und insgesamt mit dem ganzen Team von Trinogy. Jetzt aber zu dem Punkt, den ich euch noch mitgeben möchte und der basiert auch auf dem, was ich am Schluss gesagt habe, was einfach so quasi die größte Erkenntnis für mich war. Es gab sehr viele Theorie, es gab viele NLP-Routinen oder viele NLP-Übungen, auch hypnotische Sprachmuster, Transinduktion, Dissoziieren, Framing, Reframing-Prozesse und so weiter. Heißt, die Leute, die sich da auskennen, da gab es schon wirklich sehr viel, wirklich ein umfassender Practitioner und die größte Erkenntnis im Endeffekt für mich war, dass gerade, weil man so viele Leute kennengelernt hat, ich jetzt nicht nur auf Verstandsebene quasi rational verstanden habe, sondern auch wirklich emotional verstanden habe, dass, und das gilt für deinen Alltag genauso, dass jede Person, mit der du irgendwie interagierst, immer ein Mensch ist. Jetzt gibt es wahrscheinlich so ein paar Leute, die sagen, wow, der musste auf ein neuntägiges Seminar gehen, um zu verstehen, dass jeder Mensch, mit dem er redet, ein Mensch ist. Damit meine ich einfach, dass jede Person, mit der du je in deinem Leben interagieren wirst, mit denen du reden wirst, auf die du böse bist, die auf dich vielleicht böse ist, dass sie immer eine Person ist mit Schwächen, mit Unsicherheiten, mit Problemen in der Vergangenheit, allerdings auch gleichzeitig mit Stärken, mit Sachen, die sie besonders gut kann und wo sie vielleicht ein Experte ist. Und eben das in anderen zu sehen, ist meines Erachtens die Aufgabe von Leuten, die eine starke Persönlichkeit haben und auch von guten Kommunikatoren. Wenn ihr euch mal charismatische Leute anschaut und damit auch nochmal so auf das Grundthema meines Kanals zu kommen, dann waren es meist Leute, die in anderen entweder das Gute gesehen haben, das Gute geweckt haben oder Mut in ihnen entfacht haben, sodass quasi die anderen Personen in der Interaktion mit ihnen sich gut gefühlt haben. Und das jetzt nicht nur als kommunikativer Trick, sondern wirklich als Grundeinstellung, dass andere Menschen gut vom Herzen her sind und auch wenn sie vielleicht Masken auflegen und in manchen Situationen vielleicht wirklich nicht gut, wie du es empfindest, reagieren, sondern vielleicht Dinge machen, die du selbst auch schon in anderen Situationen gemacht hast, die ja vielleicht im Zuge der emotionalen Befangenheit in manchen Situationen einfach so rausrutschen oder die einfach passieren, dass hinter diesen ganzen Masken und diesen emotionalen Verdrahtungen oder diesen Befangenheiten, dass dahinter immer noch der Mensch steht, der einmal ein kleines Kind war und irgendwann am Sterbebett sein wird und diese ganze Lebensgeschichte mit Problemen, aber auch mit Herausforderungen und Stärken und so weiter alles in dieser einen Person ist. Und eine Sache hat Roman Braun auch gesagt, das Drama ist immer nur etwas Oberflächliches. Du siehst die Person oberflächlich, wenn du allerdings eine Ebene tiefer schaust und wirklich bemerkst, dass die andere Person genauso ein Wesen mit Unsicherheiten, Schwächen und Stärken ist wie du und genauso wie deine besten Freunde oder deine Beziehung oder deine Partnerschaft oder wer auch immer, also Leute, die du wirklich magst, dass diese andere Person, egal wie negativ du sie in dem Moment vielleicht wahrnimmst, dass die andere Person auch mal ein kleines Kind war, das oft gelacht hat und positiv und nett zu anderen Leuten war und auch irgendwann am Sterbebett liegen wird und auf das Leben zurückschauen wird. Und wenn du als guter Kommunikator und als guter Mensch in den anderen Personen das Gute siehst, und eben hinter die Maske schauen kannst, dann hast du die Möglichkeit, deine Reaktion auf die Reaktion oder die Kommunikation der anderen Person auszurichten und vielleicht zum Positiven zu verändern. Weil im Endeffekt geht es doch um die Beziehungen und die Interaktion und die Kommunikation mit anderen Leuten und nicht nur um den großen Erfolg. Und das Lustige ist, selbst wenn du es nur auf den Erfolg ausgelegt hast, dann wirst du selbst mit dieser Herangehensweise viel besser fahren, weil jede Person, egal ob im privaten oder geschäftlichen Bereich, immer ein Mensch ist, mit dem du auch auf einer tieferen Ebene dich verbinden kannst. Und das ist, um jetzt nochmal auf die Metaebene beziehungsweise auf das Seminar zurückzugreifen, das ist auch sowas, was man dort sehr stark gemerkt hat. Am Anfang, du gehst hin, 50, 60 Leute, die du noch nie gesehen hast, die vielleicht nett scheinen, aber man weiß nicht so, wie soll man vielleicht Kontakt jetzt mit denen aufgreifen. Dann, selbst wenn du in den Kontakt kommst, sind die Menschen sofort sympathisch. Manche steckst du vielleicht in Schubladen, wo du aber nach den neun Tagen oder sicher schon nach dem zweiten, dritten Tag merkst, okay, die Kategorie ist vielleicht ein bisschen negativ besetzt und vielleicht ist es sinnvoller, die in einer anderen Perspektive oder in einem anderen Licht zu sehen und da einfach, wie gesagt, hinter diese ersten Barrieren zu schauen und zu merken, dass alle Leute, mit denen du jemals in deinem Leben interagieren wirst, Menschen sind, mit Schwächen, die lachen können, mit Stärken, die in irgendeinem Bereich wirklich gut sind und da sich nicht überlegen im Vergleich zu anderen zu viel, aber auch nicht unterlegen zu viel, sondern einfach den Kontakt zu anderen Menschen auch auf einer tieferen Ebene zu suchen und das war so die größte Erkenntnis. Und es fühlt sich gut an, das quasi als, ja, kleines Samenkorn an euch mitgeben zu können und jetzt ist es meine und eure Aufgabe, dieses Samenkorn für euch und für eure Mitmenschen zum Blühen zu bringen und das kann ich euch nur wünschen. Jetzt wird es mich sehr freuen, ich kriege kein Geld dafür, aber es wird mich sehr freuen, wenn ihr einfach mal bei Roman Braun vorbeischaut, ich verlinke euch in der Videobeschreibung sowohl das Buch, also hier, die Macht der Rhetorik, unglaublich gutes Buch, übrigens, da durfte ich auch mitarbeiten, aber nicht deswegen ist es gut, sondern ganz einfach, weil es ein sehr profundes und über eine lange Zeit entstandenes Buch ist mit sehr vielen Praxis, Werkzeugen und Hilfen zum Thema Rhetorik. Dann werde ich auch noch sein Instagram, sein Facebook-Account und vor allem auch, falls ihr selbst dieses Seminar in Österreich, in Wien besuchen wollt, nächstes Jahr beispielsweise, da werde ich es euch auch gerne verlinken und zusätzlich sehen wir uns vielleicht auch auf einem der Seminare wieder und dann wird es mich natürlich sehr freuen, da mit euch in den Kontakt zu kommen. Übrigens, einige Leute kannten mich auch schon und die anderen wurden durch Roman, hat Roman mich ihnen vorgestellt, was natürlich auch ziemlich cool ist und wie gesagt, fühlt euch alle sehr positiv gedrückt hier. Ich hatte eine sehr schöne Zeit und es war wirklich toll, mit euch allen dieses Seminar genießen zu dürfen. Vielen Dank Roman, vielen Dank an das Stringergy Team und alle anderen Leute, die dort mitgemacht haben. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schaut jetzt wie gesagt gerne bei Roman vorbei und natürlich viel kommunikativen Erfolg.